Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wirklich? Nein. Frank! Kommen Sie mit! Ellis Ward und Ehemann. Machen Sie es sich bequem. Okay, Zugriff. Da versuchen zwei Männer, die Tür einzutreten. Was ist das Problem mit der Tür, Sir? Ich muss weg! Warum wollen mich alle umbringen? Alexander Pierce hat einem Gangster viel Geld gestollen. Und die denken, sie werden er. Der Mann ist ein Verbrecher. Er wird in 14 Ländern gesucht. Sie sind Teil eines Plans. Genau deswegen hat sie ihn ausgesucht. Um uns zu verwirren. Es tut mir leid, dass ich Sie da mit reingezogen habe. Warum stecken Sie mit drin? Er wird bei ihr sein. Enis! Sie erstattet eine Anzeige wegen Mordes. Versuchten Mordes. Das ist ja nicht so schlimm. Nicht, wenn Sie einen Mord erwarten. Aber wenn Sie auf den Room Service warten, ist das schon schlimm. Ich bereue es nicht, wissen Sie. Den Kuss. Winsett Mordes. Winsett Mordes. Musik